Wie geht es um das öffentliche Verständnis von Wissenschaft? Wissenschaft, insbesondere moderne Naturwissenschaft, ist heute für die großen gesellschaftlichen Fragen, aber auch für viele Fragen der privaten Lebensführung von hoher Bedeutung. Wenn Sie wissen wollen, ob zu viel Pestizide in Ihrem Teebeutel sind, dann ist das eine Frage, die Sie letztlich ohne Wissenschaft und ohne wissenschaftliche Experten nicht mehr selbst beantworten können. Und Menschen, die im Internet nach Wissenschaft recherchieren, wollen in der Regel klare, eindeutige Antworten auf ihre Fragen haben. Aber Wissenschaft ist keine Religion. Sie kann zu vielen Fragen keine klaren und eindeutigen Antworten liefern. Wissenschaftliche Erkenntnisse entstehen in einem Prozess der Diskussion. Sie sind Gegenstand von Kritik und sie werden überholt und weiterentwickelt. Und in diesem Forschungsprogramm wird nun in ganz unterschiedlichen Projekten untersucht, wie Menschen mit diesem Widerspruch zwischen ihrer Erwartung nach klaren Antworten und der natürlichen Vorläufigkeit von Wissenschaft umgehen. Und hier ist es ein Thema. Vielen Dank.